So ist natürlich das Drossensein wunderbar, wenn das Wetter stimmt, wenn die Kinder gut mitmachen. Und ich gebe sehr gerne Drossenschule, also von daher hat es mir gefallen. Ich finde, der grosse Vorteil gegen Dinnen ist halt die Flexibilität und die Vielseitigkeit, die im Schulzimmer halt erreicht, als das Schulzimmer schon ein bisschen enger ist. Dann sehen wir plötzlich Waldmeister, die fast blühen, oder sie bringen statt Blattlöse noch die Säcke. Und man kann ganz viel einfach direkt einbauen. Und vor allem sehen sie Blattlöse in Natur an. Wir haben das Thema Käfer jetzt, und sonst sehen sie sie auf dem Bildschirm.